Hat es ein Momentchen gedauert, weil wir den Zielfilm, wie gesagt, zu Rate ziehen mussten. Zwischen Platz 2 und 3 war es ganz, ganz knapp. Da musste man also selbst auf der Zielkamera noch einmal vergrößern, unzweifelsfrei der Platz 2 und 3 festzustellen. Ich darf als erstes auf das Treppchen bieten, den drittplatzierten, mit der Rücke Nummer 173 aus Oldensaal, Lars Feldscholm. Heiner Daniels, der erste Vorsitzende des RSC Stadtlohn, führt die Siegereiung der U13 durch. Auf Platz 2, dann mit der Rücke Nummer 175, Heiko Hormrichhausen, PSV Aachen. Und Sieger des Rettens, mit der Rücke Nummer 169 aus den Niederlanden, Nils Herig. So, und als schöne und ausgefallene Siegertorfäen gibt es hier die Radrennfahrer.